So, hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von C++ vom Anfänger zum Profi. Heute geht es um Datentypen und deren Wertebereiche bzw. deren Einsatzgebiet. Bis jetzt haben wir immer int kennengelernt, das heißt immer wenn wir eine Variable deklariert haben, dann mit int. Ja, int ist ein Datentyp und Datentypen haben unterschiedliche Wertebereiche. Das heißt, der Datentyp int geht von minus 32.000 und ein paar zerquetschte bis plus 32.000 und ein paar zerquetschte. Das heißt, wenn ich jetzt denke und wir haben ja in einem Programm gesagt, dass x zum Beispiel 12 ist, aber wenn jetzt x, wir hätten einen Wert eingelesen und der wäre über 32.768 gewesen, dann würde der Compiler einen Fehler ausgeben. Ja, das heißt ich muss immer im Vorfeld gucken, wie groß ist mein Wertebereich und was erwarte ich. Das heißt, wenn ich natürlich etwas Größeres als int erwarte, das heißt größere Zahlen über 60.000 oder bla bla bla, also über 32.000, das ist natürlich der wichtige Faktor, dann benutze ich zum Beispiel long, weil da habe ich wirklich eine 9-Stelligkeit, 10 Stellen sogar, also 2 Milliarden. Das heißt, ich kann von minus 2 Milliarden bis plus 2 Milliarden hier die Werte berechnen. Das heißt, hier liegt der Wertebereich. Das heißt, wenn ich größere Zahlen erwarte zum Einlesen und zum Ausgeben, nehme ich long. Dann gibt es auch nochmal long, long, dann ist der Wertebereich hier bei 9 und Schlag mich tot, also noch größer. Aber wenn ich weiß, um mir natürlich Arbeitsspeicher zu sparen, nehme ich natürlich am liebsten int, weil dann habe ich auch weniger Arbeitsspeicher, der belegt wird. Das heißt, wenn ich irgendwas unter 30.000 erwarte, nehme ich int, wenn ich etwas darüber erwarte, nehme ich long und wenn ich noch etwas Größeres erwarte, also eine Zahl, die so groß ist, nehme ich long, long, muss man jetzt meistens eigentlich nicht erwarten. Das sind aber alles nur Datentypen für ganzzahlige Datentypen, das heißt ohne Komma. Wenn ich Gleitkommazahlen habe, das heißt Zahlen, wo ich ein Komma einsetze, dann nützen mir ein int, dann nützt mir ein long natürlich gar nichts mehr, sondern dann brauche ich Fließkommazahlen und das geht dann über float, double oder long double. Das heißt, hier kann ich dann sehen, auch die Größe, die Wertebereiche, kleinstmöglicher Wert und größtmöglicher Wert, ist hier im Hexer dann gelöst und wie viele Stellen am Komma. Das heißt, wenn ich dann irgendwas erwarte, zum Beispiel wenn ich jetzt eine Geldeingabe habe und ich mache 2,50 Euro, also 2,5, kriege ich das mit einem int nicht hin, weil er kann keine Komma zahlen. Lesen, auch kein long und auch kein long long. So, dann brauche ich ein float oder ein double, je nachdem wie groß meine Gleitkommazahl ist. Die Fließkommazahlen. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt 2,50 Euro erwarte, nehme ich dann ein float. So, das war jetzt alles ein bisschen kompliziert. Guckt euch das am besten selbst nochmal an. Es gibt da sehr viele Seiten, wo man das machen kann. Einfach mal Variablen Typ C++, Datentyp C++ eingeben und dann bei Google schauen und sich darüber ein bisschen informieren. Ansonsten das Video einfach nochmal anschauen, denn das ist wirklich auch etwas, etwas, was man erstmal verstehen muss. Ansonsten sage ich, bis zur nächsten Folge. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.